So, hi Leute und herzlich willkommen. Ich habe gedacht, ich vlogge heute mal wieder und ja, ihr wisst noch nicht, wo wir sind. Ihr werdet es aber gleich sehen. Und ja, da wird es wahrscheinlich viel zu laut sein, für viel zu reden. Von daher vertron ich das dann so. Und ihr könnt euch jetzt nur angucken, wie ich angereist bin ins Hotel und dann seht ihr gleich, was hier abgeht und wo wir sind. Ciao. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hi Leute, ich bin jetzt im Hotel, habt ihr gesehen was heute so abging und eingecheckt habe ich schon, das habe ich euch aber erspart und ja, ich werde jetzt mein ganzes Zeug krallen und dann werde ich mit euch hochtigern. Dann schauen wir uns mal zusammen mein Hotelzimmer an. Musik Musik Also, ein paar mir hatten Stock Nummer 16. Letztes Mal war ich in 7 und ja, ich bin im Excelsior. Sehr cool übrigens, hier seht ihr meinen Schlüssel und die sind so nett, dass du so ein Frühstücksbrettchen noch dabei kriegst. Ja, macht es angenehm, die Schlüssel zu verstauen, wenn du so ein Brett in der Tasche hast. Aber naja, gut. Schauen wir mal, Tag ist vorbei, so ein bisschen was habe ich euch jetzt gezeigt und ja, den Großteil werdet ihr in dem normalen Video dazu sehen. War ereignisreich, sehr sehr viele Leute kennengelernt. Und ja, jetzt bin ich gespannt aufs Zimmer und möchte mich einfach nur noch hinlegen, ich bin ziemlich im Arsch. Und ja, das Zimmer schauen wir uns noch zusammen an und dann ist der Tag beendet für heute. Bis gleich. Musik 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 Gut, schauen wir mal, wie es draußen aussieht. Musik Aber, was sehr geil ist, Leute, ich habe einen Balkon, schauen wir mal, wie die Aussicht ist. Musik Naja, okay. Musik Es ist jetzt nicht gerade als die Pizza Strandmeer, ist klar, ist halt statt, aber ich finde es ganz okay, für das Geld, was es hier gekostet hat, ist das auch voll im Rahmen. Musik Ich muss jetzt hier nur das Fenster aufmachen. Hier ist so schweine warm drin. Und ja, ich werde mich jetzt entkleiden, das erspar ich euch dann. Musik Und ja, wir sehen uns dann morgen. Und ja, wir sehen uns dann morgen. Und ja, ich habe hier übrigens noch die Backroom-Casting-Couch. Und ja, ich habe übrigens noch einen sehr coolen Fernseher. Aber noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Ich bin im Arsch. Wir sehen uns dann morgen früh wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Tschuuu. Tschuuu. So, guten Morgen, Freunde. Also jetzt nach, ähm, ja, dreieinhalb Stunden Schlaf bin ich wieder wach. Ich gehe jetzt aufs Frühstücken. Vorab habe ich gedacht, wir gehen mal noch auf den Balkon, wenn es hell ist. Dann könnt ihr mal noch sehen, was für einen tollen Ausblick ich habe. Moment. Schauen wir doch mal, wie es hier aussieht. Also so sieht es hier bei helle Maus. Ist halt auch sehr, sehr hoch. Und ich frage mich, warum liegen da Autofelgen auf dem Dach? Hm, keine Ahnung. Also da unten liegen Autofelgen auf dem Dach. Keine Ahnung, was die da machen. Ah ok, da unten ist eine Autowerkstatt. Aber warum lag gerade der die Dinger auf dem Dach? Gut, Dinge, die wir jetzt heute nicht ergründen wollen. Ja, also hier seht ihr, ich kann eigentlich so die ganze Stadt immer füllen. Klicken ist ziemlich cool. Und ja, jetzt gehe ich fürs Frühstücken und dann geht es weiter zu Propon zu JPL. Also auf geht's, ich habe nämlich Hunger. So. Ähm. Da habe ich ein bisschen Licht an, dass man was sieht. Memo an mich selbst. Parke niemals so nah an der Wand, dann kannst du auch besser einsteigen. Profitipp von mir. Ähm. Ja, ich versuche jetzt hier aus dem Parkhaus rauszukommen. Das Parkhaus ist ganz schön eng. Und ähm. Ja, dann fahren wir weiter zu JPL und ja. Sehen wir mehr. Bis dann. Tschüss. Tschuuu. Tschuuu. So Freunde. Ähm. Ich bin jetzt wieder bei JPL. Und ähm. Ja. Ich gehe jetzt nochmal rein. Ähm. Ich wollte eigentlich möglichst wenig vor der Kamera quatschen. Äh. Klar ist das ein Vlog. Nur ähm. Mir ist das immer noch ziemlich unangenehm von der Kamera zu reden. Auch äh. Wenn es den Kanal schon zwei Jahre gibt. Gerade wenn Leute in der Nähe sind. Ähm. Und ähm. Ja. Ich werde dann halt noch ein bisschen filmen. Wäre das vielleicht nur nachvertonen. Aber jetzt nicht so äh. Äh. Ja. Freisprechen wie jetzt hier. Ähm. Um reinzukommen. Braucht man hier diese Karte. Der Anhänger. Den hat man gestern dann bekommen wenn man hier war. Die habe ich zugeschickt bekommen. Da stehen noch meine Termine drauf. Äh. Von den Vorträgen und Lehrgängen wo ich mitmachen möchte. Ähm. Zwei habe ich schon. Das war Fotografie und die Werksführung. Ähm. Ja. Und heute steht äh. Wassertest auf dem Plan und Mikroskopie. Bin mal gespannt was mich da so erwartet. Ähm. Ob ich noch was dazu lernen kann. Und ja. Würde ich sagen. Ich geh rein. Jo. Aber es ist bei Battelle. Sit. Mal perchzeug. Ich bin schneide- Ein Frederick Knall. So, wir sind jetzt zurück, Tag 2 ist rum, wir haben jetzt schon Sonntag, es ist halb 2 oder so. Ja, sehr, sehr viele Leute getroffen, die ich noch nicht kannte, also das ist jetzt halt Teichszene, durch dieses Propont, da sind eher weniger Leute jetzt aus dem normalen Aquaristikbereich dabei, wo ich schon viele kenne, habe aber doch noch viele Gesichter getroffen, gleich sehe ich die nur morgen, dann mache ich eventuell noch ein paar Bilder mit denen. Ja, ich bin jetzt müde wie ein Schwein, ja, sehr interessante Gespräche, auch ein paar Denkansätze, die ich vielleicht noch überdenken sollte, ob ich vielleicht doch ein bisschen größer denke, wie ich im Moment denke, was natürlich auch euch zugute kommt und ja, lasst euch mal überraschen, was noch kommt. Soviel soll verraten sein und ich werde auf den nächsten Messen eventuell zum Beispiel mal für ein paar Stunden an dem einen oder anderen Stand sein, das werde ich euch aber noch mitteilen, nachdem was dort geht. Es werden Berichte kommen, wo ich den einen oder anderen noch besuchen gehe, was es genau ist, möchte ich noch nicht sagen, nicht, dass ich euch etwas verspreche, was ich danach halt nicht halten kann. Wenn dieses Video am Montag, also wenn heute Montag ist, in dem Moment, in dem das Video hochkommt, dann hat das funktioniert, was ich vorhabe, weil am Montag soll dieser Blog jetzt kommen, also wenn er kommt, Daumen nach oben. Und am Mittwoch wollte ich noch einen Blog machen, wird nur eine kleine Sache, dann geht es kurz und knapp, ich möchte jetzt viel verraten, aber dann geht es um solche Dinge hier, da freuen sich einige ziemlich drauf. Dazu an dem Tag aber mehr und ja, ich hau mich jetzt ins Bett und morgen mache ich vielleicht noch ein paar Aufnahmen. Ihr könnt noch mehr sehen, wenn ihr wollt, in dem anderen Video, in dem normalen Video, das ich hochgeladen habe, von den ProPon-Tagen bei JBL. Da gibt es auch noch ein paar mehr Infos, wenn ihr wollt. Schaut in die Videobeschreibung, da sind Haufen Sachen verlinkt, bei dem anderen Video auch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist jetzt mein zweiter Blog und ja, ich würde sagen, ich beende den an dieser Stelle. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir immer auf YouPont vorbeischauen, wisst ihr ja schon. Wie gesagt, jede Menge interessante Links in der Videobeschreibung, auch wie ihr mich findet, auf verschiedenen Plattformen. Eine Menge E-Mails von Firmen, die vielleicht interessant sein können und so weiter, wo ihr mal vorbeischauen könnt oder Organisationen. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel mehr zu sagen, außer in diesem Sinne, ich brauche es jetzt. Tschüss.